Ja, hallo und herzlich willkommen bei DeinEckLensTV. Wir sind heute zu Gast beim Training der Bullets, das ist der erste Ergleinser Pain-Poll-Verein. Was euch genau hier erwartet und wie das Training im Detail aussieht, das zeigen wir euch jetzt. So, dann sind wir jetzt hier beim Training der Bullets. Neben mir steht der Michael Dohm, ich kann sagen Captain und Vorsitzender des Vereins. Vielleicht erklärst du uns am Anfang erstmal, warum habt ihr überhaupt den Ergleinser Pain-Poll-Verein gegründet, denn sowas gab es ja bis jetzt nicht bei uns. Das ist richtig, ja. Wir haben mal angefangen vor mittlerweile drei Jahren aus einer Gruppe von vier, fünf Leuten, die das, wie man es klassisch kennt, nach Junggesellenabschieden, Geburtstagen oder Ähnlichem das relativ begeistert weitermachen wollten. Das ist dann irgendwann in den Turniersport gewechselt und ja, den Verein gegründet jetzt Anfang dieses Jahres. Einfach aus dem Grund, um auch wirklich als Gemeinschaft und als Verein auch außerhalb vom Platz entsprechend wahrgenommen zu werden. Wo trainiert ihr da immer? In Ergleins gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Nein, das ist richtig. In Ergleins gibt es leider noch keine. Wir haben da die Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwas mal ändert irgendwann. In den Wintermonaten oder in den kalten Monaten trainieren wir hier in Karst, in der Halle. Im Sommer versuchen wir in der Möglichkeit, in Mönchengladbach zu trainieren oder dann hier in Karst. Es kommt auf die Auslegung der Plätze an. Wer kann bei euch im Verein mitmachen oder den Sport generell umsetzen? Gibt es da irgendwelche Beschränkungen oder ist das eigentlich für jeden Interessierten offen? Prinzipiell ist es für jeden offen. Jeder kann mitspielen. Die einzige Vorgabe, die es nun mal leider, oder was heißt leider, Gott sei Dank eigentlich seitens des Gesetzgebers gibt, man muss halt mindestens 18 Jahre sein, um aktiv spielen zu dürfen. Wie sieht die Zielsetzung jetzt entsprechend im nächsten Jahr aus bei euch? Ja, der Liga-Betrieb steht an. Wir werden das erste Mal, wie gesagt, in der Landesliga spielen. Das ist für uns insofern anders, weil wir bis jetzt in einem Drei-Mann-gegen-Drei-Mann-Format gespielt haben. Wir werden jetzt das erste Mal in einem Fünf-Mann-gegen-Fünf-Mann spielen. Spielerisch macht das das Ganze deutlich attraktiver, weil man mehr Möglichkeiten hat. Wir wollen natürlich innerhalb der Liga versuchen, eine möglichst gute Platzierung zu bekommen. Und als Verein als solchen wollen wir natürlich die Sportart ganz klar weiter in die Öffentlichkeit rücken. Ja, also Live-Erfahrungsbericht. Ich muss sagen, macht wahnsinnig viel Spaß mit Painball. Probiert es einfach mal aus, kommt vorbei. Erkel ins Bullets helfen euch da gerne weiter. Und ich werde jetzt noch mal eine Runde drehen auf dem Platz. Und ich werde jetzt noch mal eine Anzeile Fournverich.